Freunde und zwar spielen meine Spieler gleich in einer Minute, Freunde. Wir sehen uns gleich bis das Spiel anfängt. Freunde, meine Mannschaft spielt jetzt Let's Go. Meine Mannschaft spielt gegen Fogel, so wie der heißt. Und zwar, wir spielen heute, wir spielen natürlich hier Let's Go. Wir gehen kurz auf Prozente, machen das gleich an, machen Taki-Taki, gehen hier drauf. Geht nicht, wegen des Livestreams, also wegen das Spiel halt. Let's Go, ich wurde angefiffen, Ball rollen, defensiv. So. Und so. Schauen wir mal, was meine Spieler jetzt richtig gut spielen. Hoffentlich spielen die richtig gut, weil ich hab die dafür ganze Zeit trainiert. Also, wenn die da jetzt nicht gut spielen, dann weiß ich's nicht. Okay. Okay, oh. Gut, gut, jetzt muss er durchgehen. Ja, oh mein Gott, der zieht sogar durch. Der zieht durch. Jetzt kommt der Abschluss. Nein, leider abgehalten. Aber war gute Gelegenheit, Jungs. Also, war wirklich gute Gelegenheit. Oh Gott, wir sind jetzt in der zehnten Minute. Wie schnell geht das denn? Wir sind sogar in der zehnten, jetzt in der elften Minute. Es sind keine Tore jetzt schon gefallen. Keine. Es sind keine Tore. Also, wir sind einfach keine Tore. Es ist immer noch Nulls zu Null. Also, Freunde, ich heiße Hannover 96. Wenn ihr mich erden wollt, könnt ihr die Namen da eingeben. Alter, hoffentlich gibt's gar nichts. Und, Freunde, ihr wisst gefragt, wie habt euch die Premiere gefallen? Schreibt es mir auch in diesem Video unter die Kommentare. Das würde ich sehr, sehr wissen, Freunde. Wir machen kurz nochmal das an. So, Freunde, jetzt machen wir. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir richtig gut, weil die uns... Weil die einfach... Weil wir so halt... So, es geht los. Wir müssen einfach warten, ganze Zeit. Guck mal, wir spielen so defensiv. Guck mal, und die Spieler, die können jetzt nichts machen. Guck mal, wir nehmen den Ball weg. Passen nach vorne, machen Tiki-Taka. Passen. Und jetzt ist es. Und Schatz. Und Schatz. Sieh so. Ja, Freunde, 1-0. Und Bom-Gig, oder so, wie das heißt. Wir haben das erste Tor geschlossen in heutiges Tages. Oh, die Gegner. Guck mal, wir halten die Kugel noch weg. Okay, freist du uns, oder? Freist du, oder? Okay, hoffentlich gibt's... Let's go, weiter. Guck mal, wie die schnell die sogar spielen. Guck mal, die passen. Guck mal, die passen so wieder. Passen. Dann haben wir nicht gepasst. Aber jetzt passen die wieder. Und die Flanke. Und das war knapp, Freunde. Das war... Close und er schießt den. Wir haben das nächste Tor. Freunde. Das nächste Tor auf einmal. Wir schießen hier immer wieder die Tore einfach. Freunde. Wir schießen... Ich spiele richtig gut. Irgendwie... 2-1. 2-1. 2-1. Ah, wir haben eigentlich richtig gut gespielt, aber nach der Ecke... Da ist was Blödes passiert. Oder nach der Ecke. Ah, ich bin hier nicht der Beste, aber... Mal gucken. Wir spielen groß, das ist gut eigentlich. Klaas. Okay, gut gepasst. Ja. Passt zurück. Und jetzt? Und jetzt passiert gar nichts. Und wieder eine Ecke. Wieder eine Ecke. Gut, weggebracht. Halbzeit, Freunde. Ähm, wir sehen uns nach der Halbzeit wieder. Freunde, die Halbzeit ist jetzt zu Ende. Es geht weiter mit dem Spiel. Okay, erstmal kommen die Weißen wieder... ...in den Strafraum. Aber... Aber... Wird nicht abgefangen, aber gut gehalten von Pipa. Gut gehalten. So. Jetzt geht's los. Kommt schon, Jungs. Jetzt macht mal richtig... ...Taki-Taki und dann macht die rein. Jetzt. Jetzt. Ja, jetzt. Jetzt müsst ihr doch den Ball abnehmen. Ja. Macht den Ball ab. Nimm doch den Ball ab. Nein, 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 nein. Oh, gut. Ja, die spielen da schon wieder aus, die Gitarin. Das neue Leute nimmt. 2-2 unentschieden. Verdammt. 2-2 unentschieden. Ja. Oh, gut. Weg damit. Es geht irgendwie hin und her. Ey, Freunde, es geht irgendwie ganz hin und her. Hin und her, hin und her. Ey. Ja. Ja, nimm doch mal weg. Aber es war schlecht. Es war schlecht. Nein, 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 nein. Los, Leute, ich mach schnell. Nochmal, 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 nochmal. So. Hoffentlich komm jetzt nicht mal in meinen Strafraum rein. Hoffentlich. Ja. Jawoll, weg damit. Jetzt spielt. Gut. Jawoll. Jawoll. Zieh. Zieh. Und Flanke. Da kommt keiner dran. Da kommt keiner dran. Tut mir leid, aber da kam wirklich keiner dran. Oh, die fassen wieder so. Gut gepasst. Und jetzt. Oh. Ja, nein. So, wieder weg. Oh, Freunde, wir spielen, wir spielen noch gut. Wir können das noch machen, das 2-2. Kommt schon, Leute. Wir müssen, wir müssen dann, glaube ich, mitte macht den rein. Nein, 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 die passen die ganze Zeit. Keiner kommt durch. Keiner. Keiner kommt durch. Oh, oh. Oh. Oh, es ist alleine. Der ist alleine. Ja, es kann nix, da kann nix daraus werden. Es kann nix daraus werden. Wenn man alleine vom Stor schüttelt, dann kann es nix werden. Also. Da kann wirklich, da kann wirklich gar nix werden. Und Ball weg. Jawoll. Jawoll. Alter, das kann nix. Okay. Okay. Warte. Es gibt's. Jetzt gibt's das. Wache da. Der schießt den vorbei. Ey, das gibt's doch gar nicht. Gib das Wache zurück. Was macht der? Das schießt vorbei. Also, äh, ich hab's, ich hab's, und der schießt in Abseits, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich steht er in Abseits. Ja, gut, gepasst, ja, wird nix daraus. Da wird einfach komplett nix daraus. Okay. Ich hab's komplett gar nix daraus. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Schießt doch den Ball weg. Jawoll, jetzt. Leute. Leute, ich mach's so komplett defensiv. Jetzt. Zieh. Zieh. Wir sind richtig am Drücker. Komm, bitte, jetzt. Flanke in die Mitte. Ja. Weg. Nein. Das macht er denn. Schaffen wir es. Kommt schon, Jungs. Ja. Passt gut. Passt doch. Ja, gut. Jetzt, jetzt. Kommt schon, bitte, Jungs. Nein, Latte. Schießt. Nein. Spiel nicht abgefilft. Okay, Freunde. Wir haben zwei gespielt. Okay, Freunde, ihr geht kurz raus. Ich sag mal, das war's. Euer Pascal Game 13. Und ciao. Ich sag mal. Wir hatten aber Bye. Aber.